Hallo Leute, ich nehme wie versprochen mein zweites Video auf und es handelt sich nicht nur um Bundesteilhabegesetz, auch paar andere kleine Punkte, aber ich will euch über Bundesteilhabegesetz nochmal ein paar Punkte sagen, und zwar wie ihr wisst am 01.01.2017 ist ihr Gesetz herausgekommen, das heißt das Bundesteilhabegesetz für Menschen mit Behinderung, aber ich wende nicht das Wort für Menschen mit Behinderung, sondern Menschen mit Beeinträchtigung, weil Menschen mit Behinderung gehört sich so negativ an. Und zwar benutze ich das Wort Menschen mit Beeinträchtigung. Und zwar, was ich heute sagen möchte, also die Politiker haben festgelegt, dass die Leute mit Beeinträchtigung auf dem Konto statt 2.600 Euro haben dürfen 25.000. Das heißt, wenn die Leute mehr als 25.000 auf dem Konto haben, nehmen wir 26.000, dann wird der Staat das Geld so unterstufen, dass man wieder 25.000 landet landet. Und ab Jahr 2020 ist vorgeschrieben, dass die Politiker machen möchten für die Leute mit Beeinträchtigung 50.000. Wenn die das überschreiten, die 50.000, dann zieht der Staat wieder das Geld ab, bis man auf 50.000 Euro auf dem Konto wieder hat. Und jeder Mensch hat natürlich auf eine persönliche Assistenz oder Betreuung meinetwegen. Beispielweise manche Leute mit Beeinträchtigung brauchen ja nicht 24 Stunden lang. Aber es kommt auf die Beeinträchtigung natürlich. Zum Beispiel, es gibt Leute mit verschiedenen Behinderungen, also Beeinträchtigungen. Manche Leute, die sich klar ausdrücken können und können nochmal denken und ja klar denken, dann haben die Anspruch. Die können dann sagen, ich möchte eine eigene Wohnung haben, selbstständig leben. Und dann kommt noch die Frage, ob derjenige 24 Stunden Assistenz bekommt oder nur für ein paar Stunden. Und es gibt Leute, zum Beispiel mit einer geistigen Behinderung, die nicht klar denken können. Die Leute, die im Wohnheim wohnen, die werden leider Gottes natürlich nicht selber entscheiden können. Die haben eine bestimmte Formel für diejenigen entscheiden können. Aber ich glaube, das wird schwierig sein. Die Leute, die fitteren Leute, die in der Werkstatt arbeiten, die dürfen in Zukunft entscheiden, ob die in der Werkstatt weiterarbeiten möchten und auf freier Wirtschaftsmarkt arbeiten. Ich weiß zwar nicht, ob die bei irgendeiner Firma angenommen werden oder nicht. Weil heutzutage ist das so rum. Die Firmen, die bezahlen lieber Strafe, als ein Mensch mit Beeinträchtigung einzustellen. Ich weiß nicht, was in den Leuten ihren Köpfen vorgeht. Die bezahlen lieber dafür eine Strafe, als ein Mensch mit Beeinträchtigung einzustellen. Und wie das in Zukunft aussieht, kann ich euch dann in einem weiteren Video sagen. Weil ich habe das neue Gesetz halt noch nicht ausstudiert oder durchstudiert. Und wenn ich das ganz genau durchgelegt habe, erscheint das in meinem weiteren Video. Weil ich bleibe jetzt da dran, um die Leute mit Beeinträchtigung durch die ganze Welt zu informieren, was auf uns in der Zukunft kommt. Weil ich finde, wir Leute mit Beeinträchtigung, wir sind klar natürlich davon betroffen. Es wird zwar gesagt, es gibt zwar manche Leute, die haben eine Beeinträchtigung und die, ähm, die lachen zwar natürlich über das Gesetz und sagen, oh, mir ist das im Prinzip egal, wenn das Gesetz kommt, dann kommt das. Aber ich muss euch vorwarnen, wenn das Gesetz beschlossen wird, dann haben die Leute mit Beeinträchtigung nichts mehr zu lachen. Und deswegen finde ich richtig, euch zu informieren. In Facebook existiert eine Gruppe, das heißt Menschen mit Behinderung mit Handicap. Ich verlinke natürlich auch mein, äh, mein Link in dieser Gruppe in Facebook für Menschen mit Handicap. Und ihr könnt natürlich euch das angucken, das Video von mir, und ein paar Fragen stellen und paar Kommentare hinzufügen, was mich freuen würde. Ich würde euch natürlich ganz klar eine Antwort geben, auf eure gestellten Fragen. Und wenn ihr ja kein Facebook habt, dann könnt ihr auf die Seite von YouTube gehen und eure Kommentare hinterlassen. Ihr könnt mich auch abonnieren, wenn euch mein Video natürlich gefällt. Und, ähm, ja, ich würde mich über Kommentare und über eure Fragen natürlich freuen. Und wie gesagt, mein weiteres Video erscheint in Kürze. Und, ja, ich hoffe euch, euch, ich hoffe mein Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis bald. Bis bald.